Hallihallo Freunde und willkommen zur großen Arschbomben-Challenge von Radioschlagerparadies. Ja, ich habe ja gehört, gestern hat mich Daniela Alfinito nominiert. Das nehme ich natürlich an, denn ich habe mich schon seit Wochen mental darauf vorbereitet. Ich freue mich, dass ich jetzt für euch eine schöne Arschbombe machen kann. Und nur falls ich es nicht überlebe, denn ich stürze mich gleich 50 Meter die Klippen runter. Ich nominiere hiermit schon mal Matthias Reim mit Christine Stark, wenn es geht, in einer Doppel-Arschbombe. Das gab es noch nie. Anni Perka und meine Jungs von Neon. Also macht's gut. Oh Gott.